Amélie Goudin Der traurige Prinz Gelesen von Jasmin Stab Es war einmal ein König, dessen einziger Sohn immer so ernsthaft reinschaute, dass keiner, der ihn zu Gesicht bekam, fröhlichen Mutes bleiben konnte. Seit er auf der Welt lebte, war es noch niemand geglückt, ihm auch nur ein einziges Lächeln abzugewinnen. Das tat dem König bitter leid. Und täglich fragte er seinen Prinzen Desiderio, ob er sich denn gar nichts wünschte. Dann gab dieser zur Antwort, Oh ja, ich wünsch mir etwas, ich weiß aber nicht, was es ist, wo es ist und wie es ist. Daraus konnte nun freilich kein Mensch klug werden. Eines Tages befahl der König seinen Dienern, aus drei riesengroßen Ölkrügen eine Quelle herzustellen, aus der das Volk Öl schöpfen sollte. Dies Brünchen sickerte auf dem Platz vor dem Schloss. Am zweiten oder dritten Tag nachher humpelte ein uraltes Mütterchen herbei und mühte sich sehr ab, ihr mitgebrachtes Fläschlein mit dem Öl zu füllen, das tropfenweise zum Vorschein kam. Als ihr das endlich gelungen war, warf der Prinz, welcher am Fenster saß, seinen Ball hinab und traf die kleine Flasche. Sie zerbrach und alles Öl floss aus. Da lächelte Desiderio ein wenig. Die Alte aber war höchst erkrimmt, wendete sich nach dem Fenster und rief hinauf, »Lachst du mich aus, du Prinz, der nicht lachen kann? Dafür sollst du keine gute Stunde mehr haben, bis du die Schöne aus der Pomeranze geholt hast.« Von diesem Augenblick an wurde der Prinz Desiderio noch viel ernsthafter als zuvor. Und der König gab alle Hoffnung auf, ihn jemals vergnügt und froh zu sehen. Wie erschrak er aber, als ihm eines Morgens gemeldet wurde, sein Prinz sei nirgends zu finden, und dessen Lieblingspferd, ein mutiger Rappe, fehle im Stall. Beim Suchen nach dem Prinzen fand sich ein Zettel, auf welchen er geschrieben hatte, dass er ausgeritten sei, um die Schöne in der Pomeranze zu suchen. Da war großes Leid im Schloss, denn keiner wusste, in welchem Land diese Schöne lebte und welche Gefahren dem Königssohn bevorstehen könnten. Der Prinz wusste das selbst nicht. Er ritt und ritt, immer gehen Osten zu. Die Sonne, welche seinen Weg beschien, erhellte aber nicht sein trauriges Gemüt. Nachdem er über Berge und Täler, über Felder und durch Wälder geritten und durch manche Herrenländer gekommen war, ohne zu erfahren, was er wissen wollte, geriet er eines Tages an ein ärmliches Häuschen, vor dem er anhielt, um sich einen Trunk Wasser reichen zu lassen. Dort wohnte ein silberhaariger Kreis ganz einsam. Desiderio befragte auch ihn wegen der Pomeranzenschönen und bekam zum ersten Mal Auskunft. »Dass du mich fragst, Prinz, ist dein Glück?« sagte der Alte. »Denn ich bin der Einzige auf Erden, der das Geheimnis des Popanzen kennt, welcher die Pomeranzen bewacht. Alle, die bisher nach ihnen strebten, haben den Wächter bei Nacht beschlichen, in der Meinung, dass er dann schlafe. Wenn er aber die Augen zu hat, wacht er. Hat er sie offen, dann schläft er. Wagst du dich am hellen Mittag in seine Höhle, die nicht weit von hier ist, dann läufst du am wenigsten Gefahr, da er um diese Zeit fest schläft. »Lass dich nicht irre machen, wenn seine grünen Augen dich groß anklotzen, sondern tritt leise auf den Fußspitzen heran und nimm die drei Pomeranzen weg, die auf seinem Schoß liegen. Hast du den Mut, so kann es dir nicht fehlen.« »Ich hab den Mut,« sagte Desiderio. Doch sprach er diese Worte mit so trauriger Miene, dass der Alte den Kopf schüttelte und dem Davonreitenden zweifelhaft nachblickte. Als Desiderio über die Heide gelangt war und das Felsenschloss des Popanzen erreicht hatte, war dasselbe von der Mittagssonne hell beschienen. Es hatte weder Tore noch Fenster. Mächtige Steinblöcke bildeten einen Halbkreis, in dessen Mitte das Ungestüm auf einer dichten Moosschicht lag. Die Sonne schien ihm gerade in das Gesicht, und seine runden, grünen Augen schienen sich schon von Weitem so krimmig in Desiderios Gestalt einzubohren, als wolle er ihn sofort verschlingen. Der Prinz ließ sich aber nicht irre machen. Er war, sobald er den Felsen ansichtig wurde, vom Pferd gestiegen, ließ es weiden und schlich auf den Zehenspitzen näher und näher. Als er den Fuß innerhalb des Felsenrandes setzte, sah er zwischen den Falten des schwarzen Gewandes, das der Popanz trug, drei grüne Pomeranzen liegen. Jeder Arm und jedes Bein des Ungetüms war größer und stärker als der ganze Prinz, und sein krimmiges Gesicht, seine wildblickenden Augen hätten jeden anderen in die Flucht gejagt. In Desiderios sanft traurigem Gesicht verzog sich aber keine Miene. Leichten Schrittes trat er heran, nahm eine Pomeranze nach der anderen mit seiner schlanken Hand vom Schoß des Popanzen weg, ließ sie in seine Tasche gleiten und ging dann, der Weisung des Alten folgend, durch die entgegengesetzte Seite des Felsenbaues hinaus, ohne dass der laut schnarchende Popanz erwachte. Außerhalb des Felsenringes angelangt, erblickte Desiderio statt der jenseitigen öden Heide einen lichten Wald vor sich. Er überlegte einen Augenblick, wie er nun seines Pferdes wieder habhaft werden könnte. Da sah er zu seiner Freude den Rappen am Waldsaum grasen. Schnell eilte er hin, ergriff den Zügel und führte das Ross mit sich in das Wäldchen. Sobald er ganz umgeben von grünen, sonnendurchleuchteten Bäumen war, hielt der Prinz an, holte eine der Pomeranzen hervor und brach sie in zwei. Da schlüpfte ein wunderkleines, wunderfeines Mäldlein heraus. Seine goldblonden Haare, welche ihm bis auf die weißen Füßchen reichten, hüllten es wie ein Mantel ein. Mit himmelblauen Äuglein blickte es Desiderio an und sagte mit einem Stimmchen so weich wie Sommerluft, »Gib mir Kleider!« Da lächelte der Prinz zum ersten Mal in seinem Leben und war ganz vergnügt über das zierliche kleine Püppchen. »Kleider hab ich hier nicht. Morgen«, sagte er. In demselben Augenblick waren aber auch schon Mädchen und Pomeranze spurlos verschwunden. Da wurde Desiderio wieder sehr ernsthaft, dachte nach, ritt durch das Wäldchen in die Ebene bis zur nächsten Stadt und bestellte dort bei dem geschickten Schneider ein kostbares, schönes Gewand, wobei er ihm einschärfte, es dürfe nur die Größe eines Puppenkleides haben. Als das Kleid am nächsten Morgen fertig war, gefiel es dem Prinzen gut. Es bestand aus fester Seide und silberte wie Mondlicht. Eilig ritt er damit nach dem Wäldchen zurück, wo er in grüner Einsamkeit die zweite Pomeranze aufbrach. Wieder kam ein wunderkleines, wunderfeines Mägklein, noch viel schöner als das gestrige, daraus hervor. Lichtbraune Haare umhüllten es und seine ersten, süß klingenden Worte lauteten »Gib mir Kleider!« Ein freudiges Licht erhellte Desiderios Züge, als er der kleinen, schönen das silberne Gewand darbot. Sie schlüpfte lächelnd hinein. Kaum hatte sie es an, so begannen Mädchen und Kleid zu wachsen, bis auf einmal eine hohe, schlanke Jungfrau vor dem erstaunten Prinzen stand. Er wollte ihre Hand fassen, da sagte sie mit ihrer hellen Stimme »Erst gib mir einen Kamm, damit ich meine Haare kämmen kann!« Ganz bestürzt antwortete er »Daran habe ich nicht gedacht! Morgen!« Kaum war das Wort seinem Munde entschlüpft, als die Schöne spurlos verschwand. Zugleich mit ihr verschwanden beide auf dem Boden liegende Pomeranzenhälften. Trauriger als je ritt Desiderio zur Stadt, bestellte ein neues und noch kostbareres Kleid und kaufte einen goldenen Kamm. Als das Kleidchen fertig war, belohnte er den Schneider fürstlich, denn etwas Schöneres gab es auf der weiten Welt nicht als dieses Gewand. Es funkelte und blitzte, als sei es aus lauter Diamantenstaub gewoben und war so weich und geschmeidig, dass man es fast in der hohlen Hand zusammenrollen konnte. Froh und bange zugleich kehrte der Prinz in das stille Wäldchen zurück. Er hatte sich immer etwas gewünscht, ohne zu wissen, was und wie und wo es sei. Jetzt wünschte er sich die Schöne aus der dritten Pomeranze. Wenn es aber wieder etwas gab, woran er nicht gedacht hatte, dann bekam er sie am Ende gar nicht. Als er die Frucht entzwei brach, kam wieder ein kleines, feines Mäglein zum Vorschein, tausendmal schöner als die beiden anderen. Blauschwarze Haare fielen ihr auf die weißen Füßchen nieder, und ihre dunklen Äuglein leuchteten wie Sterne, als die Bitte, gib mir Kleider, mit dem diamantblitzenden Gewand beantwortet wurde. Sie schlüpfte hinein, und beide wuchsen, Mädchen und Kleid. Als der Kopf der Schönen bis an Desiderius' Schulter reichte, bat sie freundlich, gib mir nun einen Kamm, damit ich meine langen Haare kämmen kann. Da strahlten seine Augen nicht weniger hell als die ihrigen, und sein in Freudigkeit verwandeltes Gesicht blieb froh, denn die Schöne verlangte nach Empfang des goldenen Kammes nichts weiter. »Setze dich doch vor mich auf meinen Rappen, Schönste«, bat er, »wir reiten nach meines königlichen Vaters Schloss. Dort wirst du meine Gemahlin.« »Gern«, lächelte sie, »nur lasse mich zuerst meine Haare kämmen.« Da fiel ihm ein, dass es doch nicht so recht schicklich sei, die Braut vor sich auf dem Pferd nach dem Königshof zu bringen. Er überlegte, was zu tun sei, und sagte dann, »Ich möchte gern gleich heimreiten und mit einem würdigen Gefolge für dich wiederkehren, damit meine Braut in fürstlicher Weise einzieht. Nur weiß ich nicht, ob ich mich getrauen darf, dich so lange hier im Wald allein zu lassen. Wilde Tiere könnten dich bedrohen.« Die Schöne sah sich um. »Sieh dort den großen Eibenbaum, dessen breite Äste ein klares Quellwasser überschatten. Dort will ich mich bergen, bis du zurückkehrst. Die Quelle soll mein Spiegel sein, während ich meine langen Haare strähle.« Desiderio stimmte zu und half seiner Braut in die Krone des Baumes empor, wo sie auf breiten Ästen ruhte, wie in einem Thronsessel. Dann ritt er schnell wie der Wind von Dannen. Die Schöne begann guten Mutes, sich mit dem goldenen Kamm zu kämmen. Kaum hatte sie aber begonnen, als sie eine Gestalt erblickte, die mit einem Tonkrug in der Hand zwischen den Bäumen hervorkam und sich dem Quellwasser näherte. Es war ein Mädchen, von Gesicht und Gestalt so unglaublich hässlicher Art, dass die Schöne auf dem Baum im ersten Augenblick davor erschrak. Die Hässliche neigte sich, um ihren Krug mit Wasser zu füllen. Da erblickte sie im Becken der Quelle das Spiegelbild der Schönen, die sich etwas vorgebeugt hatte. Die Hässliche glaubte erst, ihr eigenes Spiegelbild zu schauen und ließ vor Freude über solche Verwandlung, die mit ihr vorgegangen sei, den Krug aus den Händen fallen, der in viele Stücke zerbrach. Dann aber dachte sie nach, besann sich schnell, dass sie doch unmöglich sich selbst als eine solche reich geschmückte Schönheit habe erschauen können, und blickte in den Baum hinauf, wo sie die Schöne im Wipfel sitzen sah. Weshalb müht ihr euch so, edle Dame? Erlaubt mir euch zu kämmen, hier oder in meiner nahen Hütte. Ich heiße Bibiana. Ich darf nicht hinabsteigen, ehe ich geholt werde, sonst ließe ich mir euer Anerbieten gern gefallen, entgegnete die Braut. Es macht mir wirklich viel Mühe, meine langen Haare hier zwischen den Zweigen zu kämmen. Ich komme hinauf, sagte die andere, kletterte flink auf den Baum, nahm den goldenen Kamm in die Hand und bat, ihr während des Kämmens zu erzählen, weshalb sie hier oben sitze und nicht hinunter dürfe. Während die Schöne ihre Geschichte erzählte, kamen der Hässlichen gleich arglistige Gedanken. Sie wusste allerlei schlimme Künste und fand die Gelegenheit gut, davon Gebrauch zu machen, um sich ein großes Glück zu verschaffen. Ganz verstohlen zog sie eine lange, spitze Nadel aus ihrem Mieder und bohrte sie plötzlich so tief in den Kopf der Schönen, dass nur der Knopf außen blieb. Im selben Augenblick war das Mädchen aus der Pomeranze in eine weiße Taube verwandelt, die ängstlich aufflatterte und davonflog. Während das diamantsprühende Gewand hinab auf das Moos fiel. Die Hässliche kletterte schnell hinab, legte das prächtige Kleid an und erstieg dann wieder die Baumkrone. Zwischen deren Zweigen die Schöne gesessen. Da Bibiana die Kunst verstand, andere zu verwandeln, aber nicht sich selbst, dachte sie sich aus, wie sie Prinz Desiderio täuschen wollte, wenn er zurückkehrte. Sobald sie von weitem Pferdegetrappel vernahm, verbarg sie ihr Gesicht mit beiden Händen und tat, als ob sie weinte und schluchzte. Die Sonne war eben im Begriff unterzugehen, als Prinz Desiderio mit prächtigem Gefolge vor der Quelle anlangte. Ein milchweißer Zelter für die Braut wurde mitgeführt. Desiderios Angesicht schien von den letzten Sonnenstrahlen gerötet und leuchtete hell, wie keiner es je zuvor gesehen hatte. Schon von Weitem hatte er mit seinem goldgestickten Tüchlein zu dem Baum hinaufgewinkt. Als er aber nahe kam, verdüsterte sich seine Miene. Warum weint meine Braut, statt mich freudig zu begrüßen? rief er der Verhüllten zu. Ich darf dich nicht begrüßen. Du wirst mich nicht mehr Braut nennen mögen, schluchzte Bibiana und ließ die Hände sinken. Die Augen aller richteten sich aufwärts und erblickten einen schwarzbraunen Ausbund von Hässlichkeit mit struppigem Kraushaar, bei dessen Anblick die Grafen und Barone des Gefolges laut auflachten. Wer bist du? rief Desiderio zornig. Und wo ist die, deren Kleid du trägst? Da klagte Bibiana heuchlerisch. Ich habe wohl gedacht, dass du mich nicht mehr kennen würdest, mein Prinz, seit mir so großes Unheil geschah. Nachdem du weggeritten warst, stieg ich deinem Gebot ungehorsam vom Baum nieder, um Antlitz und Hände in der frischen Quelle zu netzen, deren Wasser verzaubert sein muss. Denn als ich mich erhob, zeigte sie mir als mein Spiegelbild diese abschreckende Gestalt. Verstoße mich, wenn du willst, nur schenke mir Glauben. Befrage mich nach allem, was heute früh zwischen uns geschehen ist und gesprochen wurde, dann wirst du nicht mehr zweifeln können, dass ich Arme, das Mädchen aus der Pomeranze bin. Nach diesen Worten stieg sie vom Baum herab und als der Prinz wie versteinert dastand, erzählte sie ungefragt alles, was sie von der Schönen erfahren hatte und wies zur Bekräftigung auf das diamantfunkelnde Kleid und den goldenen Kamm. Niemand zweifelte mehr an der Verwandlung, das Gefolge sprach aber dem Prinzen sein Missfallen an einer so hässlichen Braut unverhohlen aus. Desiderio stand eine Weile ganz stumm, dann sagte er so verloren vor sich hin, was kann sie dafür? Ich darf ihr nicht in ihrem Unglück das Wort brechen, das ich ihr in meinem Glück gegeben habe. Kleid und Kamm sind wirklich von meiner Hand. Als Bibiana dies hörte, frohlockte sie innerlich. Sie wurde auf den weißen Zelter gesetzt und in Feierlichkeit nach dem Schloss geleitet als rechte Braut. Desiderio ritt aber stumm und still neben ihr her und sah trauriger aus als je, nachdem der Zug im Königsschloss angelangt war. Der alte König wollte seinen Augen nicht trauen, als er die hässliche Braut erblickte. Doch vermochte er nicht, den Prinzen von seinem Entschluss abzubringen, dass er ihr sein Wort halten müsse. Also wurde gleich am folgenden Tag das Hochzeitsmahl gerüstet. Die Gäste saßen ringsum das Brautpaar an silbergeschmückter Tafel und manches köstliche Gericht wurde verzehrt. Als aber der Braten kommen sollte, kam nichts und nachdem der König in der Küche anfragen ließ, was das zu bedeuten habe, erschien der oberste Koch selbst im Saal, trat mit entblößtem Haupt zum Sitz des Prinzen und sagte, »Zürnet mir nicht, mein hoher Prinz. Drei Mal habe ich den Braten selbst in den Ofen geschoben und jedes Mal ist er angebrannt. Das hat mich zuletzt so geärgert, dass ich meine Küchenfenster aufriss, um nicht vor Krimm zu ersticken. Denkt euch, da stand da draußen am Fensterkreuz eine weiße Taube, die sich fest angekrallt hatte. Die tat den Schnabel auf und sagte, »Dein Braten wird heut alle Mal anbrennen, Bibiana kann ihn nicht essen. Was dies zu bedeuten hat, weiß ich nicht.« Als die falsche Braut, welche neben dem Prinzen saß, diese Worte vernahm, erschrak sie. Ihr Schrecken wurde aber noch viel größer, als Desiderio dem Koch entgegnete, »Fange diese Taube und bring sie mir, ich möchte erfahren, was sie gemeint hat.« »Nein, nein!« rief Bibiana, »ich kann Tauben nicht leiden!« Der Koch gehorchte ihr aber nicht, sondern dem Prinzen, ging schnell hinaus und griff nach dem Täubchen, das noch am Fensterkreuz hing. Es ließ sich willig fangen und vom Koch in seiner Schürze nach dem Speisesaal tragen. Sobald er dem Brautpaar nahe kam, versuchte Bibiana, das Täubchen zu greifen und machte dazu so böse Augen, dass Desiderio ihr völlig Kram wurde. Er nahm die Taube sanft in seine Hände und liebkoste sie, wobei sie sich dicht an seine Brust schmiegte und sein trauriges Gesicht anäugelte. Während seine Finger über ihr schneeweißes Köpfchen strichen, fühlte er auf einmal eine kleine Erhöhung. Er blies die Kopffederchen auseinander, um zu sehen, was das sei, und er blickte einen Stecknadelkopf. Vorsichtig fasste er ihn mit seinen schlanken Fingern und zog die Nadel behutsam heraus. Plötzlich war das Täubchen verschwunden und seine Schöne aus der Pomeranze stand als kleines Puppenfigürchen auf seiner Hand. Ihre lockigen, schwarzen Haare wallten wie ein Mantel um sie her und berührten die Spitzen ihrer weißen Füßchen. Sie blickte Desiderio mit leuchtenden Sternaugen an und sagte ganz leise »Gib mir Kleider!« Auf einen Wink des Prinzen wurden sofort kostbare Gewänder herbeigeholt und bald darauf erschien die rechte Braut wieder im Saal, festlich geschmückt, mit einem Purpurkleid, welches über und über mit Juwelen bestickt war. Auf ihrem zierlich aufgesteckten Haar funkelte ein Goldkrönlein und sie sah so wunderschön aus, wie kein Auge je etwas gesehen hatte und als sie lächelte, klich sie einer eben aufbrechenden Rose. Da fiel die alte und die neue Traurigkeit vom Prinzen ab wie ein dunkler Flor und er sah so glücksstrahlend aus, dass der König und die ganze Tafelgesellschaft in das größte Erstaunen gerieten, denn sie meinten, jetzt sei nicht bloß das Angesicht der Braut, sondern auch Desiderius Antlitz zu nie gesehener Schönheit verwandelt und jeder sah die beiden freudig an. Nur eine nicht. Bibiana versuchte, als sie ihre hinterlistige Tat entdeckt sah, heimlich zu entfliehen. Als der Prinz dies bemerkte, hielt er sie aber am Handgelenk fest und hob die spitze Nadel, welche sie in den Kopf seiner Schönen gestoßen hatte, um sie jetzt, dieser Bösen, in das Herz zu stoßen. Da bat die rechte Braut für sie und der Prinz vermochte nicht, ihre Bitte zu verweigern. Der alte König befahl seinen Dienern, das hässliche Herrenmädchen mit Ruten aus der Stadt zu jagen und in ihren Wald zurück zu peitschen. Sobald dieser Unhold verschwunden war, setzten alle Hochzeitsgäste sich wieder um die Tafel. Und nachdem nun Desiderio seine schöne beim Hellen Klang der Pauken und Trompeten feierlich auf den Sitz an seiner Seite geführt hatte, erhob sich die Schöne demütig von ihrem Ehrensitz, trat vor den König hin, verneigte sich tief und sagte mit einer Stimme, die wie Nachtigallengesang tönte, »Habt Dank, dass ihr mir vergönnen wolltet, eures geliebten Prinzenfrau zu werden. Ich gelobe euch alle Zeit, eine treugehorsame Tochter zu sein.« Dabei sah sie den königlichen Kreis mit so holzseligen Augen an, dass ihm das Herz im Leibe lachte. Er führte sie zu ihrem Sitz zurück, erhob den Becher und rief mit freudiger Stimme, »Die Schöne aus der Pomeranze soll leben hoch!« Bei diesem Ruf machte der königliche Hofmarschall, der nicht mitgeritten war, die Braut abzuholen, also auch nicht wusste, dass sie wirklich und wahrhaftig aus einer Pomeranze gekommen war, ein solch dummes Gesicht, dass es sich gar nicht beschreiben lässt. Nun geschah etwas, das zuvor nie erlebt und gesehen worden war. Prinz Desiderio lachte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, www.c attitudes.com Anhaltrl cholesterol istраст Krü www.cnet.com